Heute erzähle ich euch die Siggi-Kitt-Geschichte vom Kasper und dem Seppl und dem Geheimnis der verrückten Einkaufsliste. Es ist ein wunderschöner Sommertag. Kasper und Seppl sind gerade zu Besuch bei der Großmutter und trinken einen großen Becher leckeren Kakao. Da überreicht die Großmutter dem Seppl ein Stück Papier. Seppl, hier ist meine Einkaufsliste. Könnt ihr Jungs bitte in den Dorfladen gehen und für mich einkaufen? Aber natürlich Großmutter, das machen wir sehr gerne, rufen Kasper und Seppl sofort. Die beiden sind nämlich sehr hilfsbereit. Seppl faltet den Einkaufszettel und steckt ihn in die Tasche seiner Hose. Dann überreicht die Großmutter dem Kasper noch ihren lilafarbenen Geldbeutel, damit sie die Einkäufe auch bezahlen können. Und dann gehen Kasper und Seppl los, um im Dorf einzukaufen. Soweit, so gut. Wahrscheinlich denkst du jetzt, das wird ein ganz normaler Einkauf. Da ist doch nichts Besonderes dabei. Aber ich verrate dir, dieser Einkauf ist alles andere als normal. Denn die Einkaufsliste ist verrückt. Was ich damit meine? Das wirst du gleich sehen. Kasper und Seppl stehen also mitten auf dem Dorfplatz. Da sagt Kasper, du Seppl, schau mal nach. Was sollen wir denn einkaufen? Seppl holt die gefaltete Einkaufsliste aus seiner Hosentasche und liest vor. Als erstes steht da Schlappen. Schlappen? fragt Kasper. Seppl nickt. Ja. Schlappen steht drauf. Kasper überlegt. Meint die Großmutter etwa Hausschuhe? Seppl nickt. Wahrscheinlich. Da müssen wir zum Schulladen gehen. Das machen die beiden Freunde auch. Im Schuhgeschäft suchen sie ein paar flauschig warme Hausschuhe in zartem Rosa heraus und bezahlen sie. Das sind die schönsten Hausschuhe, die Großmutter je hatte. Da wird sie sich aber freuen, sagt Kasper begeistert. Was steht denn als nächstes auf der Liste? Seppl liest vor. Kohli. Hä? Kohli? fragt Kasper. Hm. Ja. Kohli steht drauf. Das glaube ich nicht, ruft Kasper. Seppl erreicht ihm die Einkaufsliste und da steht wirklich Kohli. Was könnte die Großmutter damit nur meinen? Ha. Meinen sie vielleicht einen Kolibri? Weißt schon, diesen ganz kleinen Vogel? fragt Kasper verwundert. Seppl denkt nach. Hm. Aber Kolibris leben doch im Urwald, oder? Auf jeden Fall nicht hier im Dorf. Also Kohli muss etwas anderes sein. Kasper hat die Idee. Ha. Großmutter meint bestimmt Cola. Seppl überlegt. Nee. Die Großmutter trinkt doch gar keine Cola. Ja. Deshalb hat sie sich auch verschrieben. Weil sie Cola nicht gewohnt ist, sagt Kasper. Ja. Das kann sein. Komm. Die Cola gibt's im Dorfladen. Die beiden kaufen eine Flasche Cola. Und dann fragt Kasper. Und als nächstes. Seppl liest vor. Fell. Fell? Ruft Kasper erschrocken. Was meinen sie mit Fell? Seppl überlegt. Hm. Gute Frage. Vielleicht ein Schaffell? Kasper sagt. Also was will Großmutter denn mit einem Schaffell? Wäre ein ganzes Schaf nicht besser? Dann kann der Schaf in ihrem Garten grasen. Und wir müssten nie mehr Rasen mähen, weil der Schaf immer aufpasst, dass das Gras schön kurz bleibt. Seppl ist begeistert. Hm. Nie wieder Rasen mähen. Wow. Das klingt toll. Komm. Da drüben ist eine Tierhandlung. Entschlossen gehen die beiden rein. Aber leider gibt es dort gar keine Schafe zu kaufen. Nur Fische, Kanarienvögel, Kaninchen, Mäuse und Meerschweinchen. Kasper und Seppl entscheiden sich für Kaninchen. Denn die essen Gras ja auch sehr gerne. Und weil Kaninchen nicht gerne allein sind, kaufen sie gleich drei. Der freundliche Verkäufer gibt ihnen einen großen Transportkäfig mit, den sie sich ausleihen dürfen. Nun stehen die Jungs mit dem großen Käfig und ihrer Einkaufstasche auf dem Dorfplatz. Und Seppl liest als nächstes vor. Bohnen. Die kennen Seppl und Kasper. Erleichtert atmen sie auf. Endlich steht da mal was Normales auf der Liste. Grüne Bohnen kaufen. Das ist dir einfach. Schnell besorgen die Jungs grüne Bohnen im Dorfladen. Und Seppl liest das nächste Wort vor. Gurt. Hä? Gurt? fragt Kasper. Wozu braucht die Großmutter denn einen Gurt? Seppl überlegt. Vielleicht für ihr Auto. Kasper antwortet. Aber ihr Auto hat doch schon Gurt. Nein, nein, nein. Vielleicht hat sie sich wieder verschrieben. Vielleicht sollte es Gürtel heißen. Seppl schaut Kasper verwundert an. Echt jetzt? Sollen wir für Großmutter einen Gürtel kaufen? Kasper nickt. Naja, steh doch hier. Da drüben gibt es ein kleines Geschäft. Da gibt es sowas. Und so gehen die beiden Jungs in das kleine Geschäft und suchen einen schönen Gürtel für Großmutter aus. Was aber gar nicht so leicht ist, denn die meisten Gürtel in dem Geschäft sind viel zu lang und zu breit. Doch schließlich finden sie einen und legen ihn dann zu den anderen Sachen in ihre Tasche. Kasper schaut hinein und seufzt. Hm, na, ich hoffe zum Abendessen gibt es heute mehr als nur Bohnen und Cola. Denn Hausschuhe und einen Gürtel können wir nicht essen. Seppl nickt. Keine Sorge, zwei Sachen stehen ja noch auf der Einkaufsliste. Na, dann lies mal vor, sagt Kasper ungeduldig. Und Seppl liest. Kolben rauben. Was, ruft Kasper erschrocken. Wir sollen einen Kolben rauben? Seppl zuckt die Schultern. Es steht so drauf. Aber was ist denn überhaupt ein Kolben? Kasper meint. Ich kenn das beim Auto. Das ist ein Teil vom Motor. Aber was will Großmutter nur mit einem Kolben? Seppl zuckt nochmals ratlos die Schultern. Na, keine Ahnung. Vielleicht muss sie etwas reparieren. Aber die Frage ist doch vielmehr. Warum sollen wir den Kolben rauben? Darauf hat Kasper auch keine Antwort. Na ja, kaufen kann man Kolben ja hier im Dorf nicht. Seppl überlegt. Aber ob Rauben eine so gute Idee ist? Rauben ist doch das Gleiche wie Klauen oder Stehlen. Das geht doch nicht. Das macht doch nur ein Räuber. Kasper lacht. Ah, und der, der haut gerade mal wieder hinter Gittern. Seppl sagt entschlossen. Also ich werde garantiert nichts rauben. Auch da nicht, wenn es auf der Liste steht. Da hat Kasper eine gute Idee. Weißt du was? Wir fragen beim Rauben einfach vorher um Erlaubnis. Dann ist das Rauben kein Wegnehmen mehr, sondern ein sich schenken lassen. Diese Idee findet Seppl klasse. Jetzt fehlt nur noch ein Auto mit einem Kolben. Leider gibt es in dem kleinen Dorf nicht so viele Autos. Sie schauen sich um und dort, am Ende der Straße, steht sogar ein ganz besonderes Auto. Eines, das mit Sicherheit einen besonders tollen Motor mit einem besonders tollen Kolben hat. Denn stell dir mal vor, dieses Auto ist das Polizeiauto. Die Polizei gibt uns sicher gerne ihren Kolben, ruft Kasper. Schließlich ist die Polizei doch unser Freund und Helfer. Seppl nickt. Okay, na, dann mal los. Gemeinsam gehen sie zum Polizeiauto. Dort steht auch schon der Dorfpolizist. Na Jungs, wie kann ich euch helfen? fragt der Polizist freundlich. Mit einem Kolben, erklärt Kasper. Seppl nickt. Ja, können wir bitte, bitte den Kolben aus ihrem Polizeiauto haben? Na, natürlich nicht, ruft der Polizist empört. Dann kann mein Auto ja nicht mehr fahren. Oh, schade, antworten Kasper und Seppl. Was machen wir nun? Seppl hat einen Vorschlag. Komm, wir pflücken der Großmutter wenigstens einen Strauß Gänseblümchen. Kasper ruft erstaunt. Ha, soll die Großmutter etwa mit Gänseblümchen ihren Automotor reparieren? Seppl lacht. Nein, die Gänseblümchen sind doch als Trost, damit sie nicht traurig ist, weil wir ihnen keinen Kolben mitbringen. Ah, jetzt versteht Kasper Seppls Vorschlag. Zusammen pflücken sie einen großen Strauß Gänseblümchen. Und weil in der Tasche kein Platz mehr ist, legen sie die Gänseblümchen in den Käfig zu den Kaninchen. Na, ob das eine gute Idee ist? Da nichts weiter auf der Liste steht, gehen sie zurück zur Großmutter. Dort packen sie die Einkäufe auf dem Küchentisch aus. Ein paar weiche Haustuhe, eine Flasche Cola, ein bunt grüne Bohnen, einen Gürtel, den Käfig mit den drei Kaninchen Und vielleicht hast du es ja schon erraten, leider befindet sich kein Strauß Gänseblümchen mehr im Käfig. Den fanden die Kaninchen nämlich richtig lecker. Hallo ihr beiden, seid ihr zurück? ruft die Großmutter freudig, als sie in die Küche kommt. Verwundert blickt sie auf den Küchentisch. Nanu, was soll das denn sein? fragt sie. Die Jungs strahlen. Na, das sind die Einkäufe, Großmutter. Es ist doch fast alles dabei. Die Großmutter kratzt sich verwundert an der Stirn. Aber das habe ich euch doch gar nicht aufgeschrieben. Stimmt, nicken Kasper und Zeppel. Die Gänseblümchen fehlen. Die wurden gegessen. Gänseblümchen? fragt Großmutter. Kasper und Zeppel erklären es. Ja, die wollten wir dir schenken, weil doch der Kolben fehlt. Aber rauben, rauben wollten wir ihn nicht. Und der Polizist wollte ihn uns nicht schenken. Jetzt schaut die Großmutter noch verwunderter. Ja, aber was soll ich denn mit einem Kolben anfangen? Und warum um Gottes Willen rauben? Ich bin froh, dass der Räuber gerade im Gefängnis sitzt. Ich brauche nicht noch mehr Räuber im Dorf. Jetzt gucken Kasper und Zeppel verwundert. Aber Oma, das hast du uns doch alles aufgeschrieben. Die Großmutter schüttelt den Kopf. Nein, ganz sicher nicht. Du, Zeppel, flüstert Kasper dem Zeppel ins Ohr. Vielleicht ist die Großmutter plötzlich vergesslich geworden. Oder vielleicht hat sie heute früh ein bisschen zu viel Kaffee getrunken, flüstert Zeppel zurück und kichert. Zeigt mir mal die Einkaufsliste, sagt die Großmutter jetzt bestimmt. Zeppel holt die Liste aus seiner Hosentasche und legt sie auf den Tisch. Da steht drauf. Schlappen, Kohli, Fehl, Bohnen, Gurt, Kolben, Rauben. Und jetzt lacht die Großmutter. Sie lacht immer doller, so sehr, dass sie vor lauter Lachen, Freudentränen kommen. Was hat Großmutter denn jetzt? Fragen sich die Jungs. Statt zu antworten, nimmt die Großmutter die Einkaufsliste in die Hand und faltet sie auseinander. Der Zettel war nämlich immer noch gefaltet. Und daher waren alle Wörter unvollständig. Hast du schon mal ein Bild gemalt und es danach gefaltet? Dann weißt du, dass man beim gefalteten Papier nur noch die Hälfte des Bildes sieht. Stimmt's? Und genau das ist dem Zettel passiert. Und deswegen haben Kasper und Zettel immer nur das Ende der Wörter gesehen und nicht das ganze Wort. Und jetzt, wo die Einkaufsliste auseinander gefaltet ist, können Kasper und Zettel die ganzen Worte lesen, die Großmutter aufgeschrieben hat. Und auf der Einkaufsliste steht Na, soll ich es dir verraten? Da steht nicht nur Schlappen, sondern Waschlappen. Da steht auch nicht nur Kohli, sondern Brokkoli. Und mit Fell war ein Äpfel gemeint. Da steht nicht nur Bohnen, sondern Kaffeebohnen. Und Gurt wird vollständig zu Joghurt. Und was war denn mit Kolben gemeint? Natürlich Maiskolben. Und Rauben? Ja, da wollte Großmutter eigentlich. Weintrauben. Das Geheimnis der verrückten Einkaufsliste hat sich also aufgeklärt. Und da müssen Großmutter Kasper und Zettel ganz herzlich lachen. Sie lachen so laut, dass man es bis ins Dorf hört. Da muss auch der Polizist mit lachen. Und sogar der Räuber im Gefängnis hört das Lachen und lacht laut mit. Auch wenn sie beide gar nicht wissen, was an diesem Tag dem Kasper und dem Zettel Lustiges passiert ist. Aber Lachen und gute Laune sind einfach ansteckend. Säcki-Kid! Was klar ist für Kids?